Falls du meine letzten Videos geschaut hast, dann kommt dir diese Animation gar nicht so unbekannt vor. Und doch ist es dieses Mal anders. Der Graph rotiert nämlich nicht um die x, sondern um die y-Achse. Mit dieser neuen Rotation poppen direkt Fragen auf, wie warum sollte die Berechnung anders laufen? Bezieht man sich beim Rotationsintervall auf die x-Achse oder auf die y-Achse? Kannst du dieselbe Formel benutzen, die du für die Rotation um die x-Achse kennengelernt hast? In diesem Video widmen wir uns gemeinsam genau diesen Fragen. Ich zeige dir die Tricks und Besonderheiten der neuen Rotation. Wir leiten keine grundlegend neue, aber doch eine andere Formel her. Und na klar, am Ende gibt es auch noch eine Beispielrechnung. Starten wir aber zunächst einmal mit der ersten wichtigen Erkenntnis. Die Rotation um die y-Achse erzeugt natürlich einen ganz anderen Körper als die Rotation desselben Graphen um die x-Achse. Und so viel wird dir durch Hingucken hoffentlich schon bewusst. Die Volumina beider Körper, die stimmen definitiv nicht überein. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass du diese altbekannte Formel leider nicht verwenden kannst. Schade eigentlich, denn die Ideen, die wir gemeinsam in einem der letzten Videos hier erarbeitet haben, waren ehrlich gesagt schon ziemlich elegant. Welche Ideen ich meine? Zum Beispiel den Grenzwertprozess mit immer schmaleren Rechtecken. Das geht bei der Rotation um die y-Achse auch. Der große Unterschied ist aber, dass die Rechtecke nicht unterhalb des Graphen gelegt werden, sondern hier im Beispiel zwischen beiden Parabelästen platziert werden müssen. Rotation um die y-Achse. Zunächst ist die Höhe Δy so eines Rechtecks noch recht groß. Aber je kleiner du sie machst, desto mehr Rechtecke füllen hier im Zweidimensionalen die Fläche und bei Rotation im Dreidimensionalen das Volumen aus. Diese analogen Ideen sind alle in einer Formel verpackt, die ich persönlich für euch Schüler allerdings als schwer greifbar empfinde. Das liegt vor allem an der Integration in y-Richtung, ausgedrückt mit diesem dy hier. Und was zum Teufel soll diese Funktion g von y sein? Aber zum Glück geht's mit einem Trick bedeutend verständlicher. Dasselbe Volumen kannst du nämlich auch generieren, wenn du eine andere Funktion um die x-Achse rotieren lässt. Dazu musst du den ganzen Rotationskörper einfach um 90 Grad drehen. Aber ich zeige dir das auch nochmal in 3D. Der Koordinatenursprung ist der Drehpunkt und die z-Achse, die aus deinem Bildschirm auf dich zuzeigt, ist die Drehachse. Schwuppdiwupp um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht und schon erzeugst du einen Rotationskörper mit gleichem Volumen, aber dieses Mal um die x-Achse. Bevor wir weitermachen, ein kurzer technischer Kunstgriff. Fokussieren wir uns mal nicht auf diesen gedrehten Parabelast, sondern lieber auf den positiven Gegenpart. Warum, das zeige ich dir später. Für die Rotation um die x-Achse kannst du natürlich die altbekannte Formel verwenden. Zumindest dessen Grundstruktur. Denn Vorsicht, f von x, das ist immer noch die Funktion, die um die y-Achse rotieren soll. Jene Funktion, die nun aber um die x-Achse rotiert, das ist eine ganz andere. Und gleiches Spiel für die Grenzen. Die ursprünglichen Grenzen a und b bzw. 0 und 2 müssen für die Rotation um die x-Achse ebenfalls angepasst werden. Also, leider nein. Leider kannst du die Formel nicht einfach so verwenden. Ein paar Anpassungen sind einfach notwendig. Hier holen wir die originalen Grenzen aus dem Rotationsintervall zurück. x ist gleich 0 und x ist gleich 2. a und b. Berechnest du die Funktionswerte von f an diesen Stellen, so erhältst du einmal y ist gleich 1 und y ist gleich 3. Beziehungsweise allgemein f von a und f von b. Wenn der Rotationskörper nun auf die x-Achse gedreht wird, dann auch diese Funktionswerte. f von a und f von b werden somit zu den neuen Grenzen der Rotation um die x-Achse. Und was verbirgt sich jetzt hinter diesen drei Fragezeichen? Wenn du zu all diesen Punkten auf der Originalfunktion f das Pendant auf den drei Fragezeichen suchst, dann musst du sie einfach nur an der winkelhalbierenden y ist gleich x spiegeln. Und Spiegelung einer Funktion an der winkelhalbierenden, das kommt dir hoffentlich bekannt vor. Die Funktion mit den drei Fragezeichen ist nichts anderes als die Umkehrfunktion von f, die typischerweise mit f hoch minus 1 bezeichnet wird. Statt also f um die y-Achse zu rotieren, verwendest du einfach die Umkehrfunktion f hoch minus 1 und lässt sie um die x-Achse rotieren. Diese letzte Anpassung ab ins Volumenintegral, nicht das Quadrat vergessen und fertig bist du auch schon. Kommen wir zum Beispiel. Für die Berechnung des Volumens gibt es drei Schritte, die du abarbeiten musst. Zunächst einmal musst du die neuen Grenzen bestimmen. Das geht aber genauso einfach, wie es aussieht, nämlich die Funktionswerte von f der gegebenen Grenzen ausrechnen. Im zweiten Schritt begibst du dich auf die Suche nach der Funktionsgleichung der Umkehrfunktionen. Dieser Schritt ist aber auch gar nicht so schwer, wenn du die Spiegelung an der winkelhalbierenden im Hinterkopf hast. Und wenn du mit dieser ganzen Vorarbeit fertig bist, dann bleibt ganz zum Schluss nur noch das Lösen des Volumenintegrals. Steigen wir ein in Schritt Nummer 1. Die Parabel, die um die y-Achse rotieren soll, besitzt die Funktionsgleichung f von x ist gleich 1 halb x Quadrat plus 1. Als Grenzen sind a ist gleich 0 und b ist gleich 2 vorgegeben. Du musst also nur den Funktionswert von f an der Stelle 0 berechnen, das macht genau 1, und der Funktionswert von f an der Stelle 2, der ergibt den Wert 3. Schritt Nummer 2. Die Umkehrfunktion zu berechnen, funktioniert ebenfalls in ein paar wenigen Teilschritten, wobei der Ansatz wahrscheinlich der wichtigste fürs Verständnis ist. Erinnere dich, die Spiegelung aller Punkte auf dem Graphen von f an der Winkelhalbierenden. Fokussiere dich mal auf diesen Punkt hier, mit den Koordinaten 0 und 1. Durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden wird dieser auf einen neuen Punkt abgebildet, der die Koordinaten 1 und 0 besitzt, also einfach vertauscht. Genauso auch bei diesem Punkt hier, mit den Koordinaten 2 und 3. Durch die Spiegelung an der Winkelhalbierenden werden seine x- und y-Koordinate ebenfalls getauscht. Und dass an diesen beiden Punkten nichts Besonderes ist, das ist dir hoffentlich auch klar. Das funktioniert natürlich mit allen anderen Punkten auf dem Graphen von f ganz genau so. Diese Vertauschung der y- und x-Koordinate wendest du auch beim rechnerischen Bestimmen der Umkehrfunktion an. Einfach das x und y tauschen und die neu entstandene Gleichung anschließend nach y umstellen. In unserem Beispiel bringst du am besten die 1 auf die andere Seite und multiplizierst dann beide Seiten der Gleichung mit 2, um den Bruch loszuwerden. Die Wurzel eliminiert schließlich das Quadrat vom y. Aber vollkommen richtig, beim Wurzelziehen sollte es doch immer 2 Lösungen geben, Plus und Minus. Dass du hier aber am Ende doch nur die positive Wurzel nimmst, das entspricht dem technischen Kunstgriff, den ich am Anfang erwähnt habe, als wir nicht den unteren, sondern den oberen der gedrehten Parabeläste verwendet haben. Das hat übrigens auch was mit dem Vertauschen des Definitions- und Wertebereichs der Original- und Umkehrfunktion zu tun, aber da möchte ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Viel wichtiger ist, dass dies die Umkehrfunktion f hoch minus 1 ist. Cool, das war's dann auch schon mit der Vorarbeit. Ab in die Volumenberechnung. Als untere Grenze den Funktionswert an der Stelle 0, also 1. Obere Grenze der Funktionswert an der Stelle 2, der genau 3 beträgt. Dann setzt du noch deine Umkehrfunktion in die Formel ein und once again, vergiss dabei bitte nicht das Quadrat. Genau dieses Quadrat und die Wurzel, die heben sich hier in diesem Beispiel wieder auf und du musst nur das 2x minus 2 integrieren, was aber so wie immer abläuft. Stammfunktionen bilden, für jedes x zuerst die obere Grenze, dann die untere Grenze einsetzen und beide Ergebnisse subtrahieren. Das geht auch alles ohne den Taschenrechner und ergibt am Ende ein Volumen von 4pi Volumeneinheiten. Wie schön, dass wir uns also am Ende gar nicht so viel Neues ausdenken mussten und das Volumenintegral für die x-Achse verwenden konnten. Ich meine, sicherlich, du musst ein paar Anpassungen vornehmen, aber die sind dir hoffentlich nach diesem Video bewusst geworden. Deine Hauptaufgabe beim Rotationsvolumen um die y-Achse besteht am Ende im Bestimmen der Umkehrfunktion. Das Vertauschen von x und y liefert dir dazu den passenden Ansatz. Die Gleichung nur noch nach y auflösen und schon bist du am Ziel. Die Gleichung nur noch nach y auflösen und schon bist du am Ziel.